oder? ja passiert nicht gut wenn wir schon mal hier sind wartet kurz ich mach uns was sag uns was was denn? leckner ja was denn? Wie veränderst du da immer? Warte, wie sagt er die Werte? Ich hab eh bloß die Schrotze Ich lass dir fallen, nimm einfach, da hast du ja eine Gute Ich darf den Boden umbauen 29, cool Oh geil, noch reparieren Oh, das ist eine gute Idee Jetzt rennt er mit seinem Fass wieder los Mein Fass, oh da kommen Leute Och man, ne schöne Fass Mein Fass Oh Wir müssen rechts hoch Na? Wir müssen hier rechts hoch Hier ist wieder im Fass Nimm mit, Dirk So, jetzt hat er der Pistole und Maschinen gehört, das ist schon gut Ich will mal laden dort, gucken ob der was neues wird Ähm Störerischer Vorschlaghammer hat er Morgenstern Passt auf, äh, ich schieße gerade was Behindertes Tauchermesser Lappen nur Sichel, Messer Morgenstern Hat der bei euch, hat der bei euch, ähm Das ist gut Ähm Sag schon Was? Ne Machete oder sowas? Ne, warte 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 Du kannst ja passou Äh, Dirk Also ein Streitkolben Stufe 26 mit 300 Ne, ich habe gerade einen Vorschlaghammer gekauft Aber in Spieler Ey, guck mal was man an, der hat ne AK hier drinnen Der hat ne AK hier drinnen Warte mal Matthias Ne, er hat 307 Schaden mit plus 46 Welches Level? 26 Uh, ne, lass das mal Weil, da brauche ich noch ne ganze Zeit Ok Trotz'n Danke Ein behindertes Tauchermesser hat der auch Bleib mal, aber du klein mal dort, ich muss noch ne Waffe ausrüsten Der hat ja ne AK drin, ja gar nischt Na hier, guck doch mal her Komm doch mal hier her ans Fenster Ach im Laden, ach soo Hier ne AK hat der hier liegen Ach so, Machete hab ich nie drinnen Hab ich grad nicht geguckt Hey, rück mal die rechte Waage raus Komm Mach Ich seh du was da ist Der ist doof Hinter dir, hinter dir, hinter dir So, das war das Uah, ich bin Zombie Jaja, also so wie du eingerannt kamst auf den Clinch Hier oben lang Was ist denn da? Wo denn? Dort Dort Vor mir Hier glitschende Hier ist ein Fass Und eine Kiste Mach ich hier nochmal die Kiste auf? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das für Dirk? Oh! Warte, ich hab die Waffe nach! Nein, darüber will ich nicht! Hat's was gebracht? Ne, ich geh ein bisschen! Es hab mal ein bisschen Was ist das für dich? Ja, ja. Lass mal die in Ruhe. Da ist die Rechte. Die Fressereien liegen ja nie rum, wa? Da hab ich grad zu viel weggefressen, weil ich auch was brauchte. Ach, mach nisch. Nimm. Ich frag nur. Hier hoch müssen wir. Nee. Nur mal so am Rande erzählt, gefragt. Daniel! Das kann ich aber auch mit aufhalten. Ja. Ich guck mal schnell hier, was in der Ecke ist. Ich geh mal hier ins Haus rein. Da müssen auch meistens welche liegen. Oh, da hab ich doch recht gehabt. Brauchst du noch was zu fressen? Warte, ich versuch grad mal zurückzukommen. Schnell mal hier, zack. Letzten Schuss. Ja, da drinnen in der Kette. Oh, letzter Schuss hat's geklappt. Vielen Dank. Scheiße. Komm mal raus. Ich muss nicht... Warte, wir wollen! Mich hat's umgehauen. Wie seid ihr schon weiter? Brauchst du Hilfe? Na, bin schon tot. Oh, nee. Dank. Ihr seid vorgerannt. Ich hab noch den Schläger abgeschlossen. Weg, weg, weg. Es tut mir leid, wenn ich... Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt geschockt habe. Hä, wo seid ihr lang? Wie ist's Haus? Ja. No. Das war noch kurz. Hier ist wieder was zum Essen, Matthias. Ja, wo? Hier, bei mir. Oh, das ist gut. Dann steh zurück. Da kann ich das auch unternehmen. Ja. Ey, das wurde ja nicht gezählt hier im Haus. Das ist doch scheiße. Ey, er hat einer eine Waffe. Da kann er dort draufschieben aufs Fass. Ich hab keine Muniz... Keine Muniz... Keine Muniz... Keine Muniz... Warte, dich. Ey, hast du dich jetzt genommen? Was? Wer hat was genommen? Nee, nee, warte, warte. Lass mich mal was gucken, schnell. Nö, nö, hat sich erledigt. Fressen, wer braucht? Ich nehm noch immer. Nö, ich bin voll. War fast voll, aber das geht schon. Hättest du doch nehmen können, war doch drei da. Da hinten lang. Hier sind Fressalien. Das ist mein ganzes Weg jetzt ohne Auto gemacht. Oh. Ach, immer geht das schon. Er legt Geld. Genau. Einfach immer noch mal eine mitgeben, wa? Immer. War schneller. Das war mein Kumpel. Abgeklatscht. Der hat auch keine starke Machete. Hallo, Jill. Ich nehm mich trotzdem. Diesmal nehm ich sie. Ja, ich nehm es. Lager hinzu. Kein freien Platz, ey. Ist doch... Ist doch kacke. Ja, tu doch was ins Lager hier. Ich weiss doch nie wie lange die Jill bleibt. Für immer. Jedes Lager kannst du benutzen. Ach echt? Ja. Ich konnte doch unten deswegen... Unten, Westsor, Arena. Da hab ich's mitgekriegt. Da konnte ich auch alles nennen, was ich bei ihr reingetan hab. Der hat ne starke Machete hier. Gibt's nen Bauplan bei den Typen? Die will ich auch haben, weißt du. Wo? Welchen? Wo? Welchen Typ? Nein, die Machete will ich haben. Ich will den Bauplan haben. Ich leide beim Verkäufer an den Typen. Oben gibt's Geld? Och ne, jetzt ist die Machete weg. Ähh... Wie das? Die Machete ist weg. Warte mal, ich guck mal bei mir, oder? Der ist mal ne blaue Machete. Wer hat denn... Ja, bei mir Oro, die ist jetzt echt weg. Ja, kurz warten, vielleicht kommt er so gleich wieder irgendwie. Das ist doch kacke. Das finde ich jetzt nicht schön. Das... Wo ist es sicher? Oh. Ne, das finde ich jetzt nicht schön. Hä, warum ist denn die jetzt weg? Ich weiß es nicht. Ich hab sie nicht. Bei mir war sie auch. Bei mir? Ich hab sie auch gesehen. Ich find's... Ich find's... Ich find's gemein. Ah, Draht hat er endlich mal. Grof ich gleich mal drei, vier Mal. Teuer? Billig? 120 plus. Na, ich find's gemein. Und, hat er jetzt wieder eine Machete? Ne, warte, ich guck ja gerade in den Lager. Ne. Zuverlässige Sichel... Brauch man eh. Trank fahr? Brauch ich eh. Noch eine Sichel, Tauchermesser, Hackmesser. Ne. Ist doch... Ist doch gemein. Sprech, Martins Wird dann und Es kostet nicht zu viel Ne Wollen wir nicht dran haben Ne das finde ich jetzt Das finde ich jetzt gemein Ist mich traurig Dicksche Draht hat der, cool Ah, was konnte Hat der noch Klebeband? Äh, brauchst du Klebeband? Da guck ich mal nach, bei mir, wa? Ja, zu, wie in der Deo-Bomb, ich will mal eh ne Klebeband. Klebeband hab ich auch. Das vorne rein bräuchte ich bloß. Ich haus hier raus. Ja, warte. Ich guck auch mal. Ist draußen. Klebe, danke. Na gut, dann bräuch ich ja nicht. Wie oft geschreckt wie Hühner rennen wir hier rum. Wollen wir jetzt nicht hin? Hier, Bruno hat was. Will man ansprechen? Ja, mach mal. Ja. Das ist doch abgräben, will ich ja nicht. Ich will Rapparee an. Die böse Sichel. Und noch ne böse Sichel. Das ist Schuriken, das kann ja auch sein. Einsetzen. Wie viel fehlen wir noch? 17. 18k. 18k. Das ist noch mal jetzt als nächste Quest. Achso, ist kaltblütig oder was? Wollte ich mal denken. Ich muss jetzt ganz, ganz weit laufen. Ich werde ne grüne Uhr umwarten. Please don't let them suffer any longer. Frag sie. Wie gehst du jetzt mal von... Die hat da für ne Uhr nie gehabt. Das ist irgendwie verdächtig. Zeig mal. Ja, guck mal dat. Guck mal ne Waffe. No. Was hast denn da? Feines. Schock. Schreit voll. Cool. Und ne Fass hab ich. Scheiße. Scheiße. Das Spiel da wird fast vor lange rum bis knallt. Can't hurt to look. Kann man kein Auto nehmen hier? Ja. Das ist doch hässlich. Das dauert mir zu lange mit dem Fass. Tschüss. Komm dich dann holen. Komm Leute, ungewohnt. Hinter uns. Mich interessieren die vor uns. Ich hab's Geld angebracht. Ich hab's Geld angebracht. Oh, gleich geht der im Wandel zu sein. Ich hab so... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute.